Das erste Thema, was wir uns vorgenommen haben, war, wir wollten eine noch bessere Performance haben, was Anfahren anbelangt, was das Thema Schaltqualität anbelangt und wie man die elektrische Reichweite und das elektrische Fahrerlebnis noch verbessern kann. Die Herausforderung war gigantisch, diese Komplexität in den Griff zu bekommen. Das neue Getriebe bietet mit dem neuen Hybridtriebkopf die markentypische Anfahrperformance, den markentypischen Anfahrkomfort und ermöglicht einen uneingeschränkten Hängerbetrieb. Das Ziel, was wir für uns gesetzt haben, würde ich mit dem Wort souverän beschreiben. Es soll dabei natürlich einen Mercedes-typischen Komfortanspruch gerecht werden. Es soll eine souveräne Kraftentfaltung dabei sein. Natürlich die Quadratur des Kreises, auf der einen Seite sportlich sein, auf der anderen Seite komfortabel sein. Unser Elektromotor hat jetzt hier in der dritten Generation 440 Newtonmeter an elektrischer Performance, die quasi ab dem Stillstand zur Verfügung stehen. Kombiniert dann mit einem Verbrenner haben Sie hier eine Antrittsperformance, die Ihres Klagen sucht.